Und natürlich selbstverständlich auch zu den Themen Umwelt, Klimaschutz und neues Glas kannst ja. Dylan, du verdammter Penner! Das war eine stille Nacht auf Russisch. Ja, ich bin Serbisch, aber lerne Deutsch und... Stimmt oder stimmt nicht? Alles Gute für Weihnacht. Eh. Also diese Störenfriede, die immer TV-Interviews crashen, werden auch immer gewalttätiger. Docker-Club hat mir das schon gemacht, letztes Mal um 2.000 Uhr. Du kannst nicht ändern, es ist halt passiert. Solche Nachrichten machen sogar die Zappin-Redaktion traurig. Das Dorf Tagertschirr verliert seine Käserei. Zusammen mit dem Käsel hat Elegator Betrieb Ende Mai nach 36 Jahren zu. In meinem Kopf ging mir als erstes rum, oh mein Gott. Es ist dort die einzige Einkaufsmöglichkeit. Ein Riesenverlust für die Leute aus dem Dorf. Wenn die Zauereien, wenn die überhaupt nicht gut sind. Hundert Rassen, man muss eine Erziehung haben, gell? Ja, ja. Du kannst nicht mehr machen. Und wie läuft es an den Weihnachtsmärkten dieses Jahr? Ja, ich bin zufrieden. Es ist schön, es ist richtig Weihnachtsmärkt. Es läuft immer etwas. Es gibt sehr viele Leute, es kommt sehr viel Geld rein. Juhuuu! Mani, mani, mani! Juhuuu! Sie kriegen eine andere Frage und eine weitere Delegation, eine weitere Möglichkeit, uns das Ganze zu erklären. Hätten Sie einen anderen... Sind Sie jetzt der Moderator da rein? Nein, ich versuche es. Baaack! Loco Escrito macht neuerdings einen auf Enrique Iglesias. Loco Escrito macht neuerdings einen auf Enrique Iglesias. Hold me in your arms tonight So gay, dude. Zum Schluss noch ein kollegialer Schulterklopfer der Zapp in Redaktion an Dominique DeVille's Comedy-Truppe. Chapeau! Hey, Gelle, schau, das habe ich gezeichnet. Für dich. Mh. Weihnachten! Äh, 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 äh. Häääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Das bleibt einfach schon ein Schalenangschmack. Das ist so.